Herzlich willkommen im Stempelpalast. Heute möchte ich mit dir über das Thema Demo werden während der Celebration sprechen. Du kannst das ganze Jahr über bei mir als Demo einsteigen. Das hat verschiedene Vorteile. Nämlich, dass du unter anderem für deine Bestellung weniger bezahlst. Du bekommst nämlich, wenn du Demo bist, 20 Prozent Rabatt auf den Katalogpreis, auf den Katalog-Nettopreis, um genau zu sein. Aber das kann ich dir gerne auch noch mal persönlich erklären. Es gibt also Rabatt auf den Katalog-Nettopreis. Solltest du interessiert daran sein, ein Nebeneinkommen aufzubauen, so ist auch das bei uns möglich. Du kannst allerdings auch nur für deinen eigenen Bastelbedarf bei uns einsteigen. In der Celebration, deswegen habe ich gerade wieder die Celebration-Boschüre in der Hand, gibt es eine Besonderheit. Normalerweise kostet das Einsteigen bei uns 129 Euro. Du darfst dir bei diesen 129 Euro Ware aussuchen im Wert von 175 Euro. Und während der Celebration darfst du dir noch zusätzlich zwei Stempelsets gratis aussuchen. Und wie sie dann hier immer so schön schreiben, dass bis zu einem Wert von – hallo, hier vorne ist scharf – 122 Euro. Kannst du es sehen? Ich verstecke mich mal da. Ne, will er nicht. Will er einfach nicht. Naja, man kann das aber, glaube ich, erahnen. So kann man es, glaube ich, ein bisschen lesen. Das ist übrigens eins der Dinge, warum ich ein neues Videoschnittprogramm brauche, damit ich dir das nicht hier so zeigen muss, sondern damit ich das einblenden kann. Das macht mein aktuelles Videoschnittprogramm nämlich nicht, was ich ganz schlimm finde. Und ich brauche ja jetzt hier oben immer meine Dauerwerbesendung. Ich kann also keinen anderen Schriftzug einblenden, solange da oben Dauerwerbesendung steht, was ich auch nicht schön finde. Ich finde aber im Internet keine Lösung dafür, wie ich um diese Probleme drum herum komme. Darum werde ich von diesem Videoschnittprogramm weggehen. Hatte ich ja schon mal erzählt. Egal. Das soll nicht Thema dieses Videos sein. Einsteigen als Demo. Auf meinem Blog unter Stempelstammenbaum gibt es ganz unten einen Link, wo du dich einfach schon einschreiben kannst, wenn du meine Hilfe nicht mehr benötigst. Du musst einfach dort die Artikel aus dem Katalog, die du dir zusammengesucht hast, eintragen, deine persönlichen Daten da eintragen und abschicken. Und dann müsstest du in Frankfurt anrufen und sagen, dass du das ernst meinst und kein Bot bist. Oder einfach noch ein paar Tage warten, bis dann von Haus aus die Prüfung kommt. Von Stamping Up Seite, ob du Bot warst oder das ernst gemeint hast. Oder du sagst mir Bescheid, dass du dich eingeschrieben hast. Ich kriege sowieso eine E-Mail, aber wenn wir denn schon mal miteinander gesprochen haben, könnte auch ich in Frankfurt anrufen und sagen, jo, die Dame oder den Herrn gibt es wirklich. Und das war kein Bot. Bei der Startbestellung, ganz wichtig, du kannst in allen weiteren Bestellungen bei Stamping Up überbestellen. Das heißt, du musst hinterher vielleicht noch was dazu bezahlen. Das geht nur bei der Startbestellung nicht. Das heißt, du musst an 175 Euro kommen und zwar drunter bleiben. Also nicht 175 Euro und 3 Cent, das macht der nicht. Du musst drunter bleiben mit dem wahren Bestellwert. Gab es sonst noch was Wichtiges? Nein. Ich glaube nicht. Falls du Interesse hast, als Demo einzusteigen während der Celebration und dir diese beiden zusätzlichen Stempelsets gönnen möchtest, dann melde dich bei mir und wir besprechen alles Weitere. Ich freue mich auf dich. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und einen tollen Tag noch. Tschüss!